Brustvergrößerungen werden jährlich viele, viele, viele tausend Male in Deutschland durchgeführt. Häufig legt man sich einfach so hin bei dem Chirurgen, der Chirurgin seines, ihres Vertrauens. Und was dabei rauskommt, liegt tatsächlich am Ende in der Hand der Chirurgin, des Chirurgen. Auf diese fünf Dinge solltest du allerdings achten, wenn du eine Brustvergrößerung durchführen lassen möchtest und nach der Operation sicher wach werden willst. Mein Name ist Prof. Dr. Sinus, ich bin dein Plastic Surgery Coach und in diesem Video möchte ich dir erklären, worauf du achten solltest, wenn du demnächst eine Brustvergrößerung planst und tatsächlich die Risiken und Gefahren scheust und sicher nach der Operation auch wach werden möchtest und mit dem Ergebnis glücklich werden willst. Punkt 1, das operative Setting. Vergewissere dich, dass du bei der Operation mit erfahrenen Ärzten zusammenarbeitest. Das heißt, ein plastischer Chirurg sollte der Operateur sein oder auch Chirurgin, jemand, der über ausreichende Erfahrungen im Bereich der Brustvergrößerung operiert und verfügt. Und meine Empfehlung ist dort immer, dass man sich jemanden aussucht. Das muss kein alter Sack sein, aber zumindest ein paar graue Schläfenhaare sollten dabei sein. Jemand, der mal mindestens 15 oder 20 Jahre im Geschäft ist. Ich mache diesen Job jetzt seit über 20 Jahren. Ich kann sagen, die lange, lange Zeit hat mir persönlich sehr, sehr viel Sicherheit gegeben, dass ich tatsächlich genau weiß, was ich tue, wenn ich eine Brustvergrößerung durchführe. Und ich sehe sozusagen das Ergebnis noch bevor ich operiert habe, weil ich die Patientin vorher untersucht habe und mich damit beschäftigt habe. Durch 3D-Simulationen wir uns an das Ergebnis herangetastet haben. Und damit sind wir auch schon am zweiten Punkt, die Größe des Silikonimplantats. Die Größe des Silikonimplantats ist von daher sehr wichtig, weil tatsächlich Risiken und Komplikationen dadurch häufiger werden, indem das Implantat größer wird. Es gibt ein paar chirurgische, grundlegende Dinge, die man beachtet. Dazu haben wir einige Videos in der Vergangenheit gemacht zum Thema Brustvergrößerung. Dazu blenden wir euch auch nochmal die Links ein. Tatsächlich ist es so, dass viele dieser Risiken, wie zum Beispiel Blutungen, Infektionen, Wundheilungsstörungen, Abstoßung des Implantates, Kapselfibrosen, damit verbunden sind, dass das Implantat zu groß gewählt sein kann. Was soll das heißen? Das heißt, dass wir sichere Operationen performen, sichere Operationen liefern können, wenn wir mit unseren Implantaten ausreichend gut unter den Muskeln kommen, der Muskel das Ganze schön abdeckt und wir damit auch einen sicheren biologischen Schutz für dieses Implantat haben. Vergesst nicht, das Silikonimplantat ist ein Fremdkörper und als Fremdkörper kann es abgestoßen werden. Und deswegen wollen wir immer schön unter dem Brustmuskel zu liegen kommen, weil der Brustmuskel ein sehr, sehr gut durchblutetes Gewebe ist, was uns Schutz gibt, dass da keine Bakterien hinkommen. Und wenn da tatsächlich sich ein Bakterium hinverirrt, dann wird er sofort gecatcht und dann auch von der entsprechenden lokalen Abwehr abtransportiert. Das heißt, da gibt es dann kein Risiko. Deshalb, je größer dieses Implantat wird, desto weniger Cover hat es von dem Muskel und desto eher können solche Risiken und Komplikationen entstehen. Wenn du trotzdem nicht verzichten möchtest auf ein sehr großes Implantat, dann besprich dich gut mit einem plastischen Chirurgen. Der schaut sich dann den individuellen Befund an, denn natürlich ist es so, dass es nicht heißt, dass grundsätzlich große Implantate verboten sind, denn natürlich ist auch die Körpergröße sehr individuell. Wir haben es zum Teil mit Mädels zu tun, die 1,50 m groß sind und dann gibt es Mädels, die zur Brustvergrößerung kommen, die 1,85 m groß sind, wo ein großes Implantat aufgrund der anatomischen Verhältnisse immer noch sehr, sehr sicher untergebracht werden kann. Dritter Punkt, die Narkose, tatsächlich ist das natürlich auch eine Leistung, die von einem Facharzt erbracht wird. Ich bin in Anführungsstrichen nur der Chirurg, das heißt, ich bin die chirurgische Leistung, aber die Narkoseleistung, die wird von einem Narkosearzt erbracht und da trennt sich auch die Spreu vom Balzen. Auch da wollen wir Narkoseärzte haben und dann Ärztinnen, die lange, lange Zeit im Geschäft sind, die erfahren sind und die auch reagieren können, wenn tatsächlich mal was sein sollte. Was sollte denn mal sein? Tatsächlich haben wir es natürlich in der Form der Chirurgie, mit der wir es hier zu tun haben, mit überwiegend jungen Leuten zu tun. Junge Frauen und damit meine ich jung im Sinne von 20, 30, 40, sind alles junge Patientinnen, die überwiegend gesund sind. Erkrankungen und Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, hoher Blutung und solche Geschichten sind häufig Erscheinungen, die wir auch bei älteren Patienten eben sehen und da wird es sehr individuell abgewogen. Aber tatsächlich ist ein ganz häufiger Behandlungspiek, was so die Altersklasse anbetrifft, irgendwo so zwischen 20 und 30 oder 30 und 40 und da haben wir relativ wenig Begleiterkrankungen. Das heißt, grundsätzlich sind das erstmal gute Voraussetzungen, aber was tust du, wenn du tatsächlich an einer Erkrankung leidest, die du nicht kennst? So etwas gibt es ja auch. Es gibt diesen Fall von Sexy Cora, die in den 2000er Jahren sich hat operieren lassen und die verstorben ist in Hamburg und es war ein ganz blöder Zwischenfall. Warum? Weil das Ganze tatsächlich zu Lasten der Narkoseärztin gegangen ist. Sexy Cora hat einen Herzfehler gehabt und keiner hat es gewusst, deswegen ist die Diagnostik vorneweg ganz, ganz wichtig. In unserer Klinik in Berlin bieten wir das Diagnostik im Rahmen des Gesamtpakets natürlich an, wo wir dich auf Herz und Niere prüfen, bevor wir überhaupt eine solche Brustvergrößerung durchführen. Punkt 4, die Klinik selbst. Du solltest dich immer in einer entsprechenden Fachklinik operieren lassen. Was meine ich damit? Es gibt tatsächlich solche Erzählungen wie eine Operation auf einem Segelschiff, es gibt Operationen, die angeboten worden sind in irgendwelchen Containern und natürlich auch die Operationen im Ausland, die sehr, sehr kritisch zu bewerten gilt, weil wir nicht genau wissen, wie der Facharztstandard dort ist, wir wissen nicht genau, wie die Nachbehandlung dort läuft und natürlich wissen wir auch nicht immer, mit wem man es dort zu tun hat, weil es natürlich so ist, es gibt ein Bild auf Instagram, auf Social Media und dann gibt es tatsächlich die Facharztqualifikation, die vor Ort möglicherweise unterschiedlicher Gesetzgebung unterliegt und deswegen stellt die Operation im Ausland auch nach wie vor ein gewisses Risiko dar. Fünfter Punkt und aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtiger Punkt ist, mit welcher Operationstechnik wird operiert? In unserer Klinik in Berlin operiere ich nach der Minimal-Touch-Technik. Was bedeutet Minimal-Touch? Das heißt, dass ich das Gewebe tatsächlich relativ wenig manipuliere und berühre. Wie sollte dann eine solche Operation von Statten gehen, wenn man das Gewebe relativ wenig berührt? Man kann ja nicht zaubern und schwupps ist das Implantat irgendwo im Situs, also im Körper drin. Tatsächlich ist die Minimal-Touch-Technik eine Technik, bei der es darum geht, dass man nicht mit den Händen zu viel berührt, sondern dass man von außen mit Instrumenten arbeitet, minimalinvasiv, wo wir mit kleinen Schnitten arbeiten, mit Kameraoptik arbeiten, mit langen Instrumenten arbeiten. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man, obwohl man stehend am Tisch steht, über die Fingerfussel von der Kompresse etc. auch mit in den Körper reinbringen können. Und das könnte sozusagen dann am Ende so das Körnchen sein oder der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt und der dann am Ende tatsächlich die Komplikationen bringt. Das heißt, Minimal-Touch gibt euch mehr Sicherheit. Bei der Minimal-Touch-Technik gehe ich so unter den Muskel, dass ich vorher schon, bevor es überhaupt blutet, die Gefäße sehe und sie verschließen kann, veröden kann. Damit bluten die Patientinnen weniger. Ich kann mit der Minimal-Touch-Technik weniger Schaden anrichten. Damit habt ihr am nächsten Tag deutlich weniger Schmerzen. Und ich kann damit deutlich auch die sogenannte Kapselfibrose-Rate reduzieren. Und das ist ja das große Gespenst in der Versorgung von jungen Frauen mit einem Silikon-Implantat, dass man sagt, oh, nicht, dass da jetzt was passiert. Es entsteht eine Abschlussungsreaktion, Kapselfibrose. Und man muss später diese Operation dann nochmal erneut durchführen, um diese Sachen loszuwerden und nochmal frisch zu machen. Das waren die fünf Punkte, auf die du achten musst, wenn es darum geht, dich einer Brustvergrößerung unterziehen zu lassen. Fünf ganz, ganz wichtige Punkte, die dir mehr Schutz und Sicherheit geben sollen. Deswegen beachte sie, belies dich, recherchiere ausgleichend und gucke nicht auf den Preis. Das meine ich ganz ehrlich. Guck nicht auf den Preis. Lass dich nicht von Billigangeboten locken, weil dort sind möglicherweise diese fünf Punkte nicht so gut beachtet wie in einer entsprechenden Fachklinik für plastische und ästhetische Chirurgie, wo ein so hoch ausgebildetes und hochtechnologisiertes Team arbeitet, das entsprechend diese Voraussetzungen bietet und das du dann entsprechend auch bezahlen musst. Denn am Ende des Tages geht es darum, dass du sicher aus dieser Operation herausgehst und möglichst lange, lange Zeit Freude an einem schönen Ergebnis hast, das dich glücklich macht. Das waren die fünf Facts. Ich hoffe, dass ihr damit die wichtigsten Dinge mitgenommen habt, wenn ihr diese Operation für euch ins Auge gefasst habt. Mein Name ist Prof. Dr. Sienes. Ich freue mich über eure Kommentare in der Kommentarleiste. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann drückt den Abo-Button, gebt dem Ganzen hier einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video von deinem Plastic Surgery Coach. Ich bin Prof. Dr. Sienes und ich bin jetzt raus. Gebt etwas? Ich würde mich crunchieren.